So, ich bohnte mich mal kurz, ich will mal wieder was kaufen, damit das die Statistik noch mal gut aussieht. Jo. Oh, Timo! Ach, der auch. Der war gar scheiße. Warte, ich komm mal. Ich komm. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, zu mir leid. Jo, hab ich mal Klarheit gemacht. Okay, ich brauch nicht mehr zurück. Ich geh nach ihm zurück. Jo. Jo. Oh, du hast ja noch deine Start-Items dran. Okay, tschüss. Wow. Oh, du bist eben. Ja, bei mir hat's grad massig gedankt. Was ist los? Hey, shit. Komm, shit, verfolg mich, genau. Komm, verfolg mich alle. Ich mach jetzt mal unten, dann pfusche ich durch, okay? Jo. Mach deine Ulti. Oder? Ich komm bei dir ein. Woll ich komm? Ich weiß nicht, ob ich durchkomm. Ich hab noch überlebt. So, ich borte mich. Das war geil. Gerade noch so weg. Hab ich's gut gemacht, ne? Ja, klar. Sehr, sehr gut. Perfekt. Du kamst doch so überraschend auf einmal. Ja, ihr habt gesagt, ich soll borten, hab ich's gemacht. Ja. Wie gesagt, ich komm mich gerade noch so durch mein Kuh und mein Ehren retten. Boah. Oben haben wir's einfach weggehauen. Normal. Ja, komm, schaffen wir noch vor 25 Minuten? Ja, locker. Ich mach kurz ein bisschen Mitte auf einer Fahne. Ich geh auch Mitte. Ja, voll. Ja, 3 gegen 5. 3 gegen 5. 3 gegen 5. Ja, es ist natürlich immer das Team. Ja, es ist immer das Team. Ja, es ist immer das Team, was schuld ist. Wer soll das auch sonst sein? Erinnert ihr selber? Ja, das hab ich auch einmal. Ach, jawoll. Gerade neu war sein. Alter, das war jetzt meine dritte oder vierte Doppeltötung. Ne, äh, dritte war noch. Ja, das hatte hier... Hatte Seifer auch mal. Der hatte dann acht. Acht Doppeltötungen, aber das war auch im Übungsspiel. Seifer, sowieso. Ja, du weißt, wen ich mein. Ended as soon as possible. Nö. Komm, das kostet mir jetzt voll aus. Ja, komm. Lass mal wirklich pass. Komm, dann können wir noch ein zweites machen. Ja, okay. Warte, ich muss mir aber noch irgendwas Gutes holen. Ja, ich hab mir gerade statt der Zeitalter geholt. Ja, ich hab mir gerade statt der Zeitalter geholt. Normalerweise hab ich meistens immer nach einer Viertelstunde. Trotzdem keine Helden, auf die ich meine Ulti würden kann. Greif mich doch an, ja? Heftig, dieser Tau greift mich an und es stört mich einfach nicht. Auch wenn sie jetzt gleich tot sind. Ah, wie schlecht das ist. Und? Ich hatte nicht mal ne gelbe Castle. Hey, Yee. Yee, ich hab dich übrigens noch erwischt. Hehehehe. Da so aus. Sag mal, wer macht jetzt eigentlich hier nochmal Video? Ähm, Flynn. Und Leck? Lecky? Nein. Schade. Lecky hält sich schön da raus. Ich hätte gerne gemacht, aber, äh, mein Fraps schafft es nicht meinen Zaun aufzunehmen. Was man recht sehen machen? Ja. Ja. Na eben. Ja, komm doch mal. Hier sind noch ein paar Fasalen, die ihr mitnehmen könnt. Ich bringe zu dir. Jo, hab ich so für dich gemacht. Jo, hab ich so für dich gemacht. Hey. Hey, Twitch. Hey, Twitch. Äh, Twitch ist mir doch egal. Ich muss jetzt erstmal eignen. Lass mal noch nicht werden. Aber ich hab heute noch keinen Schluck getrunken. salsaOTT Lippen Halbergeber da können wir aber nichts für über den Verliebungen und der Stadt Leidenschaft nur in der Stadt bei der Ehringabe ich möchte nicht sagen wollen wir noch mal warum machen und bevor sie gewinnen wir haben schon erworben ja ich kurz bevor ich oder war ich auch nicht von der Entwetsch ich will die wo sie aber auch der Ex-Fraktion ist nicht Nein, jetzt bin ich nicht mehr. Ich bin schnell, das ist die, regt mich auf. Oh ja, zünden wir mal im Geist. Das war's. Noch ein Schrei. Ey, komm, das war das schnellste Spiel aller Zeiten, was ich hatte. Ich habe leider gegen das. Also, wie ihr seht, ihr alle, wir haben gewonnen, das erste Let's Show. Hoffentlich werden die nächsten noch geiler und länger vor allem. Aber na ja, es kommt gleich noch ein neuer Teil.